Top Möller von Kaiserslautern ins Spiel. Ein Mann, dem man zutraut, die Funktion von Müller in der deutschen Nationalmannschaft zu übernehmen. Und das ist das 1 zu 0 für die Spanier, Torschütze Santillana. 1 zu 0 nach 20 Minuten, Torschütze Santillana. Herrlicher Pass von Capon. Schnitzer in der deutschen Abwehr. Auch Beckenbauer kam zu Spiel. Und 1 zu 0 für Santillana. Seite frei. Danner. Hölzenbein. Jetzt kommt Bär. Und Tor. Tor durch Bär. Aus dem Hinterhalt. Fantastisch geschossen. Der Ball genau ins Kreuzweg, soweit ich das von hier gesehen habe. Jetzt kommt dieser Schuss von Bär. Ja, und er trifft ganz genau. 1 zu 1 in der 61. Minute, Torschütze der Berliner Erich Bär.